Die Plünderungen infolge der Schwelle nehmen zu. Vor allem auf den in Kürze direkt betroffenen Planeten sind chaotische Zustände kaum mehr zu verhindern. Dazu unser Korrespondent Aaron Fischer. Die Plünderer warten oft nicht mal den Abflug der Evakuierungstransporte ab, bevor sie dann selbst auf dem Planeten landen und noch kurz vor Eintreffen der Schwelle vermeintlich wertvolle Hinterlassenschaften mitnehmen. Denn die meisten Bewohner müssen einen Großteil ihrer Habseligkeiten zurücklassen. Es gilt Gesetz 837. Wer kein eigenes Schiff hat, muss sich an die 30 Kilo Begrenzung halten. In wenigstens einem uns bekannten Fall wurden die Plünderer von der eintreffenden Schwelle getötet. Aaron, danke für diese Informationen. Unterdessen hat sich eine andere Gruppe besonders dreister Diebe auf das Stehlen von Artefakten spezialisiert. Einmalige Kulturgüter werden gesondert in Sicherheit gebracht. Doch bereits in vier Fällen sind seltene unwiederbringliche Schätze zum Teil vor den Augen der Sicherungsteams entwendet worden. Fortsetzung folgt Kulturgüter 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 Kulturgüter